Guten Morgen. Der Pfizer-Breif, so dass wir auch nicht von Ihnen reden wollen, ich will noch ein bisschen wiederholen, aber das ist eine sehr richtige Klarheit, wo das kann, das durchstrahlen. Das ist einmal, wo Gott der Jesus Christus' Ratung geschickt hat. Und das hat nun ein Anzitut und den Heiligen Geist eine Klarheit gegeben, von jeder einen persönlich. Paulus, der der gefällt, wie er mit den Heiligen Geist, konnte er klar merken, Gott hat ihm die Goven gegebt, er klar zu merken, wo das alle rammgekommen wäre. Und wir lesen hier in Vers 5, hier sagt Jesus das. Das wird den Menschenkängern in früheren Taten nicht so klar gesagt, als sie die Heiligen Aposteln und verfeiten dort nur durch den Geist haben. In Geheimnis, wie wir alle Worten erst, in Geheimnis erst Wort, Gott wie noch nicht verstorben können. Das sind Dinge, aus dem sie mit verstärken sind, und dann ein Herr abeinst, dann kommt das Rütt, und krägt, was er zu bedienen hat. Und in diesem Fall handelt es sich dort mit dem Heiligen Geist, weil in dem Olden Testament, da wissen die Menschen dort, dass der Messias, da wird kommen. Da wird keine Frau, Ewa, überkragt, wortet alles, worüber wirken, dort wir noch nicht klar machen. Da wollen wir uns dann ein klein bisschen mehr von sagen, aber eindenken wir, wie von mir als Frauen, weil wortet wir das Geheimnis dann? Weil das Geheimnis, dass wir den Anfang von Jesus Christus sind gemeint. Und dann, wo die Wortwassen und Tönnämen in der Wiedau. Das wäre ungefähr 20 Jahre später, als der Pfingstag, wo wir kommen wir, als Paulus, der Däid. Paulus, hey, wir, was du gekommen? Wo Gott am den Hocken-Open-Borren, was er für eine Arbeit hat für ihn, und was er wirklich getan hat, und nun kann er die Menschen, das aller Märtyl. Und wenn wir denken dann an den Epheser-Briefs, das alles gesagt wird, ein Ding, was er der Kapitel, der erste drei Kapitel, was Gott verkroutet gedauert hat, der ist seine Grote genut. Und dann, wo er uns nie das Leben geben wird, und dann das letzte Wort, das soll ich sagen werden, dass es, wo er das neue Leben dann nun soll, ausgelebt. Und das sind die Kapitel, was ich sagen, dass es sehr gut für uns, meine Mutter zu lesen, dass wir uns klarer, wie wir, noch was wir sollen, und wo wir sollen uns leben leben, dass wir uns verbrücken können, und sehen zu sein, und dann auch die Boatschacht wieder zu bringen, zu anderen Menschen. In Feierversch 22, ich möchte noch bloß ein Versch anbieten davon, und das sagt und es steht, seit, seit, dass die von den alten Menschen loskommen, die jund so leben möchtet, als die duiden, und diese Tage seine ansmerrende Lass selbst in die Grund gebracht. Das ist der aller Mensch. Und der Mensch, der muss sozusagen sterben, weil der will mit Gott in Gemeinschaft kommen. Das schafft nicht. Der ist getrennt von Gott. Und was hast du dann? Der muss nie das Leben haben. Und das ist, wo Jesus auf dem Reden steht. Die Kirche war noch nicht angefangen in dieser Zeit, als Jesus hier noch beirrt war. Und wo er sich dann zu diesem Necademus, als er noch am Keim und früch am Ding erwähnt, der Zeilen heil und so wieder, dann sagt er zu den Johannes da, Ich sage dir die Wahrheit. Wer nicht noch einmal geboren ist, kann Gott sein Recht nicht sein. Und woran? Wir sind alle getrennt. Und das passiert aus dem Sinn in der Weltmenschheit. Und wie sind wir kontomiert. Aber nun wird der Wahrheit aufgemerkt, dass die Menschen können noch ankommen. Was wir lernen in Kapitel 3 vom Anfang, und das ist, dass Paulus haben wir nun im Gefängnis in Rang. Und hier sagt er in Vers 1, er sagt, das ist das, das ist die Ursache, woran ich, Paulus, Jesus Christus, den vorgenommenen, am Jön fällt erholt, er inzetten, oder inzetten, wo er inzetten wird. Weil wir fragen uns dann vielleicht, woran soll er im Gefängnis? Bracht er nicht eine gute Botschaft zu den Menschen, wo die Menschen noch einmal nur gelüht haben? Dass sie alle können gerad sein und gerad worden. Und Gott hat einen Wahrheit aufgemerkt. Das ist, was er tut. Das ist, was er den Menschen braucht zu sagen. Was er eben noch nicht wieder klar war, dass wir in Geheimnis waren. Aber nun wird er klar. Indem der Heilige Geist gekommen wird. Wo wir dann nicht sagen, wollen die Menschen doch nicht alle mit Frieden abnehmen? Weil, das ist nicht so, dass die Welt eingestellt ist und was die Welt legt. Die sind nicht richtig dafür, die Welt. Die Menschen im Großen und Ganzen sind nicht richtig. Und der andere Mensch, das ist nicht, dass er nicht auch noch gut wird. Und er sieht nur Dinge, nur gute Dinge, was er will. Aber, weißt du, der andere Mensch, die kiegt immer auf den rechten Platz. Er hat einen Weg, den er will, zu tun, was ihm gefällt. Er hat einen Weg. Und er hat einen Weg. Er hat einen Weg. Er hat einen Weg, der Gott geplant hat für die Menschen. Der Sprichkapitel 6. Und er hat einen Weg. Und auf einen Weg. Er hat einen Weg, der sagt, das steht. Er sagt, sie hat eine Wahrheit hier, zu sprechen, er sagt sie, Da ist ein Wach, wo der Mensch schient, reich zu sein, und wo zuletzt, bringt er den Tod. Da ist mehr der Hänger, als bloß, wo wir seinen Kämmern an den Jungen. Da ist, wo wir sein, der ansächbare Diesten ist. Da ist der Fiend selbst, der von Anfang an geschuft hat, gleich den Menschen auf den Errechten wach zu holen. Und wir haben einen kleinen Versch, der sagt, wir haben nicht mehr mit Fleisch und Blut zu kämpfen, über jene Wolke, weiße Gäste, von der Himmelswelten, und mit gewolltenen Herrschaften, von einem Diesten, der über diese Welt herrschen. So, da ist ein Einweich mit einer sein, da ist, wo wir wenig sein können, wo du eine Macht hast, wo du stark bist, als wir sind, in der jenen Dinge auf dieser Welt. Und dann, wie sei denn, wenn der Mensch jäßlich tot ist, so zu sein, dann ist er gar nicht sehr geworden, aber da ist er noch mehr zu essen, als bloß er selbst. Und er hat Entscheidungen und Merkendeit, und so wieder. Und man weiß ja, was das ist, worum du einmal für die Verfolgung hast, wenn das Evangelium klar verkündigt wird. Und wenn wir denken dann an seine Tief, das ist auch worum Paulus im Gefängnis wäre. Dort ist interessant, wo Gott geschaffen hat. Wenn wir sagen, wo Gott sich dort. Wie war Gott nicht lohnt, seine Arbeit dann. Und, of course, wir sagen, dass der Mensch auf ihren Stangte hat, dass er vielleicht nicht so ist, dass er das kreikt, was er das. Er hat Proben und Gott auf, dass er nicht kann seine Arbeit dann. Und da passiert all die Tiefs. All die Tiefs. Die Fähne hat das vom Anfang an ja dann. Und wenn wir ab irgendetwas entstanden von Gott, dann darfst du uns dort nicht wundern, wann er wird hier entstanden sein. Da will bloß nur die Aposteln checken. Und nur Paulus, der im Gefängnis wäre nun. Und bei all der Aposteln, die gingen rütteln, sie hatten doch klar, was sie wollen tun. Gott hat ihm ein paar Räupen, tun diese Arbeit tun. Und was passiert mit ihm? Und da will bloß für Johannes, was er nicht muss, ihm Leben geben, der Fähre, so wie das wir wollten. Die Ewige, die wurden alle angebracht. Und die Tief. Und Paulus, der Johannes, hat nur diese Insel Papen gebracht, wo er den Tief zu bringen leiden. Und dadurch habe ich den Weg von der Offenbarung. Und wir gucken, wie wir sagen, vom Anfang an, aus der Kirche anfangen, dann wird die Verfolgung. Und was er sagt, diese Verfolgung, er verspreint das Evangelium. Die Menschen, die müssen wach ran und sich verstärken vielleicht, nach anderen Städten gehen, und wo immer sie werden, dann scheint das Licht klar genug, da wird die Verfolgung wieder gehen in das Evangelium. Aber wenn die Kirche keinen Gehensstand haben, dann sollten wir uns freuen. Hast du alles reich? Hast du irgendetwas reich? Wenn es von der Welt freundlich ist, zu der Kirche, auf jeden Fall der Gemeinde, Jesus Christus, dann sah ich wie, dann hat die Vieh vielleicht tot viel Ebermacht gekriegt, und viele Wege, dass die Kirche vielleicht ein bisschen mit der Welt mitstimmt, und dann ist die Gehensstand weg, dann ist so tot und verfrieden mit. Da, wenn es nicht so ein Ende will, dass wir kennen, in dieser Welt, und in dieser Zeit, wie wir sagen, wir sind sehr glücklich hier in Kanada, im Grunde und Ganzen, wie wir dort, wie es fehlt Christentum, und es wird nur wiedergegangen, aber das ist auch in der letzten Zeit, wo alle Meier und Meier Dinge abstehen, dann wurde bloß einfach, wir sind sehr verhasst über das Christentum. Das heißt, wir können nicht alle Dinge durchführen, fehlen uns, was sie wollen. Und wir können viel darüber sagen, aber wir wollen nicht wieder da näheren gehen. So tun die Haft, vom Anfang an, dann würden wir dringdenken, dass Jesus geboren wird, was sie finden. Weil, das erste, was wir hier in der Nähe haben, ist, die Nähigkeit, die kam, dass sie keine geboren werden, wie Jesus Christus, in Bethlehem. Und dann, als Herodes, das hier in der Nähe hat, was sagt er, zu sich selbst. Well, er sagt, er will nicht zu sich selbst. Zu sich selbst, da wir noch eine Kraft, der hin, ja, was er an der Zeit in der Nähe hat. Wenn wir dort wollen, ganz bestätigen, dann lesen wir Offenbarung Kapitel 12. Da sei wir Israel, Israel ist schwanger, der wird ein Kind haben, und der so tun die Städte rei. Er will das abreden. Aber er kann das nicht. Und dann, wenn wir hier noch kicken, er brückt Herodes, Herodes, dort taub. Er will haben, dann sagt er, Herodes, da war ich bloß, wie es dort in Bethlehem passiert ist, da war bloß alle Kinder dort dort merken, und dann haben wir das abgeräumt. Und was hier der interessante Ding ist, auf Gott, der ist immer ein Storb für die Menschen. Und dann hier können wir sagen, well, aus den Soldaten haben wir schon, war ich wie in Bethlehem, und eier dort, dann wir, Jakob und Maria, mit dort Kind, und war ich nur Ägypten. Und da wären sie in der Zeit. So, hat Gott getrunken. Und so ist das. Und dann ist das, was ich sagen würde, das ist vielleicht meistens ein bisschen lacherig, beim Bedenken, dann an, wie wollen Gott abholen mit seiner Arbeit. Das hat er nicht, das hat er nicht, was kann derich führen, was er will. Ja, weil, dort ist, wie der Einwurf an Paulus im Gefängnis war, und dann, was passiert da? Paulus hat wieder, hat seine Drache geholt. Er hat viele Reisen, gefährliche Reisen, und dann wieder, wo er meine Hand scheint, da war das Evangelium gepredigt. Und nun wir im Gefängnis, oh, haben wir das nun abgehauen? Well, Paulus kann sich vielleicht doel sagen, und sich mal ein bisschen verreifen, und sagen, oh, ich glaube, das ist ein Pfäuser, da muss ich bloß einen Brief schreiben. So, er schriftet einen Brief. weil er da nicht bloß dort, er, so wie das wir heute sagen, der selben Brief, er wurde er geschrieben, und er tut, dass er im Gefängnis war. Er lehrte, er hat die Gelegenheit, dort Dinge durchzudenken, und von dem hellen Geist los leiden, und schrift der gemeinten Brief, weil dann wieder ein Päuser, dann wieder ein Klang, und dann wieder ein Päuser ihren Brief. Ein Päuser wird wieder auf von Jerusalem, dort wie er, ich weiß nicht gerade, ich würde sagen, von ungefähr 500 Meilen, in Kleinasien, das würde nur die meisten sind von Jerusalem. Das sagt uns all, aber die Tief, wir, die Körgel sehr verspreiten, wir in Gemeinden, alle weh, alle in Kleinasien, und so wieder. Und, in Paulus hat Peel, dass du, dass das alles passieren, weil nicht schriftet breit. Weil, als der Päuser, das dann nicht kreint, das wird eine große Störung für dich, und sie, bleiben Gott beständig, wir sehen, wir haben, wir lesen in der Affenbarung, wo, ein Päuser, wie ein von den Körchen, wurde abgenommen, wo Johannes, muss noch Hans schreiben, in Erntwort sagen. Ja, sie hatten auch Probleme, aber, da wir noch, gut leben, da in der Gemeinde. Aber, wieder gehen wir dort, das bereifte, war dann noch, alle werden nur die andere Christen, die können den zu lesen, was er dann will, in den anderen Gruppen. Und dann nicht bloß dort, aber dann, für die nächsten hunderte Jahre, in, weil wir sagen, meist 2000 Jahre, wo das bereif, immer woher am sein, in welchem Wort von der, haben wir diesen bereif hier, und wir lesen den, und wir können sagen, was Gott fairhaft von der, gerade so, was er dann kann. Es ist auch nicht ein Wunderbord, wo die Menschen, die wollen das abholen, und da hat Gott noch, was fehlgeratet und mehr. Das Geheimnis, für uns, und wir sagen, es ist auch, wo wir dort, mit dem Geheimnis, wenn wir lesen dann hier, das sagt, dort ist das, dort ist das Geheimnis, dort die Felge, auch mit oben, in Gleder, an den selben Körper sind, in Anteil haben, an dort, wo ein Christus, Jesus, durch das Evangelium, versprechen ist. das Geheimnis, das war, was er nie war, und das war anbekannt, und das war, nicht klar gemerkt, im Eulen Testament, noch nicht. Ja, als wir all sehen, der Messias, der wird kommen, in der Gemeinde, der wird gebührt worden, und das war, das war nie, das war gemeint, das war gebührt worden, und, und, Jesus, er redet auch von, und, und verschiedenste, wie er, wie es, bei Jesus, wie alles klar, und, wie leiden, in den Lukas, Peter, 16, vers 8, hier, und da sagt, es ist das, und das wird so, aus Peter am Freude, und da ist das Peter wieder, und dann, Jesus, vorgahm, wer sagst du, wie er, ich sagen, und dann, du bist, Christus, Gott, sein Sein, und dann, wie Jesus ihn auch, und sagt, auf diesen Stein, wo er, meine Gemeinde, wühlen, und dort, kein, so schnell, aus der Heilige Geist, ist wie gekommen, was hei, all die Arbeit, vor dich haut, so, wurden, wacht, und, nachbar, pengsten, aber, das Geheimnis, nu, für die Juden, wird das, ein schwanger Ding, zu verstehen, zu tun, sie werden, gedacht, das ütgewählte Volk, Gott, er hat, jedoch, ein Bund gemerkt, mit ihren Vervätern, Abraham, Isaac, und Jakob, und dann, wieder, Moses, und David, wo das immer, frisch, wird, durchgestallt, und sie hielten sich, ziemlich, auf Ort, die Juden, wie sie sagen, die Völker, besieden, ein, aus, andere, und sie werden, die, oder rein, werden, und so proben sie sich, in verschiedenste Wege, wach, zu holen, von daher, sie würden nicht, gleich, in der Hüstenhand, gehen, oder mit der Top Eden, und, und sie würden sich, auch proben, im Bett, wach, zu bleiben, und dann, die andere Geschichte, haben wir verringert, das ist, klar, wo die Juden, wenn sie von Galiläa, wollen, nach Judäa, gehen, nach Jerusalem, und dann, wo die Juden, dann, gehen sie, ein bisschen, am Ausland, über den Jordan, dann, gehen sie, durchsieden, batschisch, 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 keimen, und dann, do gingen sie, dann, trei, bara, ewa, dann, brückten sie, nicht, durch Samarien, gehen, wenn sie, auf, wie ein, gemischtet, falls, und sie wollen, sich, nicht, fahren, rennen, durch mit dir. In Lukas, Kapitel, 15, Versch 1, und 2, Wenn er da will, sagt er, dann muss er durch Samarien gehen. Das ist anders als die anderen Menschen. Wenn wir hier lesen, dann sagt er, dann brachten alle Tagsgelagte sich nur Jesus, um zu hören von ihm. Über die Schriftgelehrte und Pharisäer grumsäuten du immer und sagen, diesmal nimmt der Sünder an und erst mit der Töp. Wenn wir daran denken, dann glaube ich, von anderen Hintergründen, von anderen Mennoniten, wir können das vielleicht nach einer Bitterbestimmung, die einzige Menschen kennen. Besonders wenn wir sollen sein, dass du in den Kolonien abbaust und deinem Wort ein bisschen so auf Port wirst. Was wir die Feilung tun? Aber, even wenn wir vielleicht nicht von den, so wie das wir wollten, ein Hintergrund sind von den Juden, aber wir sagen dann, wir sind anders als alle anderen. Und die Leer, das ist nicht biblisch in der Stadt, dass wir anders sind als die anderen Menschen. Leider Paul, heil dir, fragt euch das, was wir lesen, deinem Wort, wie das. Äh, das wir, das, nu wird Gott seine Gemeinde büren von alle Menschen, von den Völkern, die besiegt werden, und von den Juden. Da wird nun kein Unterschied mehr, und da soll wir das dort gingen, deinem Wort. Ja, Gott lebt alle Menschen. Und wenn wir in Bolivien, wenn wir in der Bibel nicht teilen, dann sag ich euch das auch noch weiter. Wo die Menschen dort angeplant sind, wie sind die Mennoniten, wie sind nicht so, als die Menschen, die hier leben, dann besonders die schwere Menschen und so wieder. Das kommt einfach nicht, dass sie irgendetwas schlechter ist, aber es ist bloß so angeprägt von den Klingen an, aber das ist die Kultur, wo die Menschen werden abpassen, was so eine Dinge da ist. Was gut? Oder so ein Hinweis, dass wir haben, da blieb sich Glück. Wo wir sind, sind wir in Kanada, sind wir in Mexiko, in Südamerika, in Zentralamerika, oder wir werden da noch in Russland, und so wieder können wir es dort alle verheben, wo die Mennoniten verhebeln sind, sind wir was, und dann so fährchen in Kolonien, wo sie mit so fortbleiben, da werden sie selbst vielleicht gar nicht in Schlagel denken, aber wirklich was, wenn sie daiden, was sie sollen dann, da würden sie die Menschen können, alle annehmen, und klack sie besorgt sind, am day, aus, an sich selbst, oder eher in Nova, und so wieder. Das wird sie eigentlich dann, das ist ja klar, gut an alle Weltmännern. Und wenn ich das eigentlich in so ein, jungen, wie ich noch mal so naht, dann denken wir das noch, dann werden die Samenmenschen, wo die drei Treppen nach Kanada, und dann wird das noch, wie eben noch in Schürzchen, und dann wird das, als waren das, da wird draufgeräte, Eva, was wird das? Und sie werden das verglichen mit, als Israel, wo, rüttracken, traken, der durch Ägypten, wird angezeigt worden, als das Land von der Zinn. Und nu, samt die wollen, triggäun, und dort, wie ja, sehr heftig, in Ere Tief auch. Und nu haben die, wann wir, denken an die Minuten, wann sie von ein Land, und anderen traken, wurde die Ferchen auch ein bisschen abgekickt. Und ich weiß, dass dann so, was ich glaube, wann sie tricktraken, zum Beispiel nach Mexiko, oder nach Kanada, dann tragen sie trick in die Welt, weil sie, so in der Start, dort ist einfach eine ganz falsche Leer, wo die Menschen sich anbilden, dann, Gott, da will hören, wie sollen alle werden sein, auf der Welt am ersten Platz, und dann, wo wir sind, dort sollen wir nicht sein, und dort sollen wir wirklich abstochen. Und dort meint, meine, an der persönliche, denken würde ich sein, wo verhäul ich mich gegen andere Menschen, wo immer ich sein, seien die Menschen dort nicht, das ist doch die Gelegenheit, dass die Menschen vielleicht können, kommen und vielleicht freuern haben, oder sie sehen nicht, wo kann ich dem Herrn annehmen, und so wieder, dass wir dort reichen, aus dem Gefäß, was der Herr brauchen kann, das ist, was ich will haben von uns. Das Geheimnis, dort soll klar sein, vor uns, wo Gott verhäul ich in dieser Zeit. Und wir sollen uns doch mal beschärfen. Erster Korinther Kapitel, 12 Versch, 3 Versch, 4 Versch, den möchte ich Ihnen noch lesen, und hier habe ich, was ich hier verhäul ich habe, ich wollte fast hier lesen, jetzt sage ich hier, wir sind alle durch einen Geist und einen Körper nahengedeibt, auf Juden oder Griechen, aufs Glauben oder Frieden, und wir haben alle den selben Geist zu trinken, gekriegen, ein Körper, es nicht mit ein Glied gemerkt, aber mit Fehler. Es soll nicht schein und klar, das hätte ich hier sein, das. Dann können wir noch wieder gehen, in Vers 7, wenn ich sage, dann einmal so, es ist das, das Geheimnis, das Geheimnis ist klar gemerkt, oder wie sage ich, das Geheimnis hier ist klar gemerkt, dann sage ich, das ist das, Geheimnis, Geheimnis, nut Christus sin Karpon, und ein Geheidrag ist ein Geheimnis, an ihm. Jo, Wiedermann, was auch Versiedenheit ist, dort ist, aber klar, was Gott fair hat, und was er well done, nicht uns. Das Geheimnis, das Geheimnis, das Geheimnis, und das Geheimnis, Gott hat gesagt, ich soll alle Menschen mit Gott seinen Geheimnisplänen bekannt merken, dort von Eifigkeit her wie wir, die alles geschaffen haben. Das wird Paul seine Abgehung, merkt er nicht klar zu den Menschen, so dass Geheimnis erst nicht mehr verstärken. Nur ist das Geheimnis klar gemerkt, denn es ist doch nicht mehr. Und dort ist, was er fair, was Gott fair hat mit den Menschen. Was soll er nicht wirklich in uns? Kommt es einmal freu? Und verstehen, sagt er, Und an der Zeit sollen alle Herrschaften und Gewalten und der Himmelswelten durch die Gemeinde seinen Bauerig Gott und Weisheit es. Bauerig es Gott. Alle Menschen sollen das sein und wo? Der ist dort, was wir zu der Welt wiesen. Das geeft alle Christen eine große Verantwortung, will einer sein. Und wenn wir uns nicht, dort anbillen, ja, eigentlich mal strugglen, und wenn wir kicken, färchen, ja, nur das Christentum, das darf nicht sein, klar. Und dort ist doch vielleicht, woran die Verfolgung nicht sein, gerade erst. Na, dort ist ja vielleicht Machel ja dann. Das ist doch, was Gott will von uns. Wir sagen, wow, dort ist, sei er schwor und wach. Und vorallig zu sein, dort braucht effort, wir sagen, dort braucht Anstrengung. Paulus verstimmt dort. Insofern, von einem Körbchen, einmal leeren, und so wie noch all die andere Puzzle. Und dann sage ich das wieder, und das wird wie es so, als Gott sich dort von Ewigkeit her vergenommen hat. Wird ihr Gott erst nicht so, wie, das ein bisschen fangen wir mit, wir denken ans Wort, und dann schafft das nicht so, wie wir gedacht haben. Und dann, wie Gott, heisst das, was passieren wird. Wird ihr weiss, ich habe immer geruhigt, sein, ein Abend. Und möchten diese Wier uns gelegenheit geben, uns selbst zu sein, und dort bereit sein, abzustoßen, für den Hören. Das gibt uns Freiheit, in uns leben, und das gibt Sehnungen für uns, und das gibt Gott, die ihr. So, da war es noch top 9 zum Gebet. Ans Forder im Himmel, wir danken dir für den wunderbaren Weg, was du hast geholt, mit den Menschen abzugehen. Und Herr, du sind Dinge, wort du noch Geheimnisse sein, für uns, für der, was du wieder warst, down, wie weit, dort du kämpfst, drei. Dort ist uns klar. Kriegst es die Menschen, dass dann auch klar wird, dass du wirst kommen, und du wirst die Menschen, die ihre Leer rückbringen. Und so haben wir nun auch, kriegst du die Hoffnung, du wirst uns nicht, lachen in seine Leer, eben wo wir nun sein waren, wie auch all den Frieden haben. Aber, dass du wirst kommen, und uns holen, und haben wir luren da noch, und help uns her zu sein, und zu dir, und all the way, what we can, what does it teach, but to us. Wir freuen her, am dienen Sein, von jeder Ein, der hier ist, und wir beten, am dienen Sein, in Jesus' Sein, Nomen. Amen.